Hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute die Blaster bzw. Value Box aus der 2023-2024 Chrome Bundesliga Soccer Kollektion von TOPS anschauen wollen. Diese Blaster Boxen kennt man von TOPS ja schon ein bisschen länger zu den Kollektionen der europäischen Klubwettbewerbe. In diesem Jahr sind sie jetzt auch zum allerersten Mal für die Bundesliga Kollektion erschienen. Hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass wir 60 Jahre Bundesliga Jubiläum feiern und TOPS bei den Kollektionen zur Bundesliga, die so rund um dieses Jubiläum erscheinen, in diesem Jahr auch so ein bisschen was Besonderes bieten will. Für alle Fans der Bundesliga natürlich eine besonders erfreuliche Entwicklung, da zum einen diese Blaster Boxen eine ganze Reihe von exklusiven Karten enthalten, die man in den Hobby Boxen nicht finden kann und dabei handelt es sich diesmal nicht nur um Parallel Karten, sondern auch um Autograph und Relic Karten, die es wie gesagt exklusiv nur in diesen Blaster Boxen gibt. Drin sind insgesamt 28 Karten, die sich auf 7 Päckchen mit je 4 Karten verteilen und das Ganze gibt es zum einstiegsfreundlichen Preis von 28 Euro. Also wenn man es mal ganz pauschal umlegt, dann seid ihr mit einem Euro pro Karte dabei. Eigentlich wollte ich euch heute zwei dieser Blaster Boxen zeigen, habe aber von lauter Euphorie vergessen auf den Record Button zu drücken und bis ich das mal gemerkt hatte, hatte ich die erste Box schon komplett ausgepackt, sodass jetzt leider nur noch eine übrig ist, die wir zusammen im Video auspacken können, aber die Hits aus der Box Nummer 1, die zeige ich euch dann im weiteren Verlauf dieses Videos. Erklärt auch warum keine Folie mehr um diese Box ist. Wie sie mit Folie aussieht, könnt ihr euch im Collector's Instagram Kanal anschauen. Da gibt es ein Foto von beiden Boxen, die ich euch heute zeigen wollte im Originalzustand, aber ändern lässt sich das jetzt ohnehin nicht mehr. Von daher schauen wir uns jetzt diese eine Box zumindest zusammen noch an. Wir werfen mal kurz einen Blick auf die Box selber. Wir finden hier auf der Seite relativ viele interessante Informationen zu den exklusiven Karten dieser Blaster Boxen. Wir haben eine exklusive Legenden Karte, etwas konkreter eine Legendary Player Unicum Karte mit Bundesliga Legenden, die man nur in dieser Blaster Box findet und eine nummerierte Parallel pro Box sollten wir auf jeden Fall auch finden. Dazu gibt es drei 60 Jahre Gold Parallels pro Box. Diese 60 Jahre Gold Parallels auch exklusiv in diesen Blaster Boxen vorbehalten, findet man also auch nicht in den Hobby Boxen. Und für mehr Produktinformationen und die Checkliste könnt ihr, so wie hier vorgeschlagen, die Topps Webseite besuchen. Ich persönlich würde euch da die Collector's Webseite empfehlen. Da bekommt ihr noch ein paar mehr Informationen zu dieser Kollektion, den Boxen und natürlich auch die komplette Checkliste mit allen Hinweisen darauf, welche Karten man exklusiv in den Blaster und welche man exklusiv in den Hobby Boxen finden kann. Wir sehen hier unten nochmal 7 Packs per Box, 4 Karten per Packs, macht also 28 Karten insgesamt. Hier haben wir das Ganze nochmal im Querformat. Auf der Seite sind der RN Code und alle Logos der Bundesliga. Auf der Unterseite der Box haben wir die üblichen rechtlichen Angaben, die da drauf müssen. Und das die Oberseite der Box mit einer kleinen Vorschau auf die ganz besonderen Karten dieser Kollektion. Die Top Eleven Autograph Card von Jamal Mosiala. Bisschen irreführend hier drauf, denn die kann man nicht in den Blaster Boxen finden. Zumindest laut den ursprünglichen Angaben von Topps. Anders sieht es da schon aus mit dieser Legendary Player Unicum Autograph Card von Kevin Kurani. Die gibt es dann tatsächlich nur in diesen Blaster Boxen als Standard und Autograph Cards. Und genauso sieht es aus mit diesen Ball-Valic-Karten, die wir auf der rechten Seite sehen, in die ein Original-Spielball aus der Bundesliga eingearbeitet wurde. Auch diese Valic-Karten exklusiv nur in diesen Blaster Boxen zu finden. Und das macht sie natürlich für den Preis von 28 Euro zu einem richtig attraktiven Produkt. Zum einen für alle, die auf die Jagd danach gehen wollen. Aber auch für alle, die mal in die Kollektion reinschnuppern wollen und nicht direkt etwas über 80 Euro für eine Hobby Box ausgeben möchten. So, dann holen wir mal unsere Packs aus der Box raus. Insgesamt sieben Stück sollten wir drin finden. Das stimmt schon mal. Und dann schauen wir uns ein solches Päckchen auch nochmal schnell aus der Nähe an. So sieht das Ganze von vorne aus. Vier Karten sind drin. Das ist die Rückseite. Viel Informationen gibt es nicht mehr auf den Packs. Dafür verweist Topps auf die eigene Webseite. Alternativ findet ihr all diese Informationen, wie gesagt, auch im Artikel auf der Collectors Webseite. Unten in der Videobeschreibung ist er verlinkt. So, dann legen wir mal los mit unserem ersten Päckchen und finden die Base-Karte von Vincenzo Grifo als allererste Karte in diesem Unboxing. Richtig schönes Design von den Karten in diesem Jahr. Gefällt mir richtig gut. Kurzer Blick auf die Rückseite einer solchen Karte mit Statistiken und einem kleinen Text zu jedem Spieler. Dann haben wir die Rookie-Karte von Ian Matzen von Borussia Dortmund, Takuma Asano von Bochum und Robin Gosens vom 1. FC Union Berlin als weitere Base-Karte. Also unsere ersten vier Karten, allesamt Base-Karten aus dieser Kollektion. Hoffen wir mal, dass es ein bisschen besser wird. In Päckchen Nummer zwei. Wir beginnen mit Oscar Williamson von Darmstadt. Dann haben wir Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Matthias Ginter vom Sportclub Freiburg. Und da ist unser allererste goldene 60 Jahre Bundesliga-Parallel, die man wie gesagt nur exklusiv in diesen Blasterboxen finden kann. Harry Kane vom FC Bayern München. Und ich hoffe, man sieht das einigermaßen gut, wie diese 60 Jahre Bundesliga-Logos im Hintergrund der Karte aufleuchten, wenn man die so ein bisschen im Licht bewegt. Zwei weitere sollten wir davon auf jeden Fall noch finden. Wir machen weiter mit dem nächsten Päckchen und finden Maggie Birscher von Hoffenheim, Benjamin Scheschko von Leipzig. Nelson Viper vom 1. FSV Mainz 05. Und da haben wir eine Parallel-Karte als nächstes. Die 275 nummerierte Parallel von Jason Lee vom 1. FSV Mainz 05. Und damit haben wir auch unsere garantierte nummerierte Parallel-Karte in dieser Box gefunden. Wir schnappen uns das nächste Päckchen. Das beginnt mit Frank Honor von Borussia Mönchengladbach. Dann kommt Karasor von Stuttgart. Da ist unsere Legendary Player Unicum-Karte mit einer der größten Legenden der Bundesliga. Dem Rekordhalter mit den meisten Bundesliga-Spielen überhaupt, Karl-Heinz Körbel von der Frankfurter Eintracht. Und hier werfen wir mal schnell einen Blick auf die Rückseite. Und da seht ihr es auch erwähnte 602 Spiele in der Bundesliga. Da wird in absehbarer Zeit, glaube ich, keiner so schnell mehr drankommt. So, dann haben wir direkt auch noch unsere zweite goldene 60 Jahre Bundesliga-Päckchen. Die ist von Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Nächstes Päckchen mit Asse Frans von Wolfsburg. Dann Deal vom 1. FC Köln. Anton Stach für die Hoffenheimer. Und als letztes haben wir Oma Mamouche von der Frankfurter Eintracht. In dem Fall also wieder ein komplettes Base-Päckchen, auf die man in diesen Blasterboxen natürlich ein bisschen häufiger trifft, als in den diesbezüglich dann doch etwas besser bestückten Hobby-Boxen. Die aber ja dann auch knapp das dreifache kosten. Haben natürlich auch mehr Karts drin, was das ganze wieder so ein bisschen relativiert und ein garantiertes Autogramm, auf das man bei diesen Blasterboxen ja naturgemäß auch verzichten muss. Schätze mal so in jeder zehnten bis fünfzehnten Blasterbox sollte ungefähr so ein Autogramm drin sein. Wer es ein bisschen genauer braucht, schaut einfach mal die Pack-Ods auf der Collectors Webseite. Dann könnt ihr euch das sicherlich noch genauer ausrechnen. So, dann geht's weiter mit Marcel Schuhn von Darmstadt. Darunter haben wir Marco Friegl von Werner Bremen. Dann haben wir nochmal eine nummerierte Parallel und es ist erneut ein Mainzer mit Ludovic Ajorg. Diesmal 1 zu 299 nummerierte Purple Wave Parallel. Sieht man so ein bisschen an diesen Linien im Hintergrund, die typisch für diese Wave Parallels sind. Und darunter haben wir direkt auch unsere dritte goldene 60 Jahre Bundesliga Parallel mit Armin Saar vom VfL Wolfsburg. So, man könnte fast meinen, die Blaster so ein bisschen wohnortbezogen bestückt. Mainz und Frankfurt. Beides von mir aus gar nicht so weit weg. Also diesbezüglich der Inhalt schon sehr naheliegend. Wir schauen mal, was unser letztes Päckchen noch so bringt. Vielleicht finden wir nochmal eine besondere Karte. Könnte aber natürlich auch ein Base-Päckchen sein, nachdem wir alle unsere garantierten Karten schon gefunden haben. Wir beginnen mit Kevin Volland vom 1. FC Nr. Berlin. Dann haben wir Lennart Maloney von Heidenheim, Xavi Simmonds von Leipzig und die letzte Karte ist wieder eine Base-Karte mit Granit Xhaka von Bayer 04 Leverkusen. Das also die Blaster Box, mit deren Inhalt ich persönlich aufgrund der physischen Nähe zu den Mainzern auch ganz gut leben kann. Ein bisschen etwas niedriger nummerierte Parallels wäre natürlich schön gewesen, aber die nimmt man auf jeden Fall auch mit. Die garantierte Legendary Player Unicum Karte war drin mit Karl-Heinz Körbel und dazu die drei goldenen 60er Bundesliga Parallels. Also alles das drin gewesen, was drin sein soll. Darüber hinaus leider nichts besonderes getroffen. Keine Orthograph-Karte, keine Relic-Karte. Da kann man sicherlich noch auf deutlich besser bestückte Blaster treffen, als es jetzt bei diesem der Fall war. Und ich habe euch ja noch versprochen, dass wir uns zumindest die Karten aus dem anderen Blaster anschauen wollen. Die Base-Karten ignorieren wir jetzt mal, aber zumindest die Special-Karten wollen wir uns anschauen. Und da werden wir dann sehen, dass Blaster Nr. 2, der ursprünglich der erste Blaster war, noch ein bisschen besser bestückt war. Zumindest in Bezug auf die 6 oder 7 Karten. Wir haben Harry Koch als Legendary Player Unicum Karte. Und von denen war tatsächlich auch noch eine zweite drin mit Marcelinho von der Hertha aus Berlin. Und auch bei den goldenen 60 Jahre Bundesliga Parallels hat der Blaster noch ein bisschen besser abgeliefert, als er eigentlich müsste. Wir haben Kenneth Schmidt von Freiburg, Chris Führig von Stuttgart, Jakob Kaminski von Wolfsburg und sogar eine vierte dieser Parallel-Karts mit Ko Itakura von Gladbach. Und dann waren auch hier zwei nummerierte Parallel-Karten drin mit Frank Honorar von Borussia Mönchengladbach, 1 zu 250 nummerierte X-Fractor Parallel. Und auch hier war eine Purple Parallel in der Box mit Nationalspieler Dennis Undaff vom VfB Stuttgart zu 299 nummeriert. Damit habt ihr also auch den Inhalt des anderen Blasters gesehen. Hätte ich natürlich lieber mit euch zusammen geöffnet. Dafür hätte ich dann aber wie gesagt ein bisschen früher den Rekord-Knopf an der Kamera drücken müssen. Gut, dass ich es immerhin noch vom zweiten Blaster gemerkt hatte, sonst hätten wir jetzt gar kein Video gehabt. Und ich hätte mir erstmal neue Blaster besorgen müssen, um die euch im Video zeigen zu können. Erwerben könntet ihr übrigens derzeit in den Filialen der Müller Drogerie-Kette. Aber auch bei vielen der auf Trading Card spezialisierten Online-Händler könnt ihr euch aktuell mit diesen Blaster-Boxen ausstatten. Für 28 Euro kann man als Fan der Bundesliga, wie gesagt, nicht so viel falsch machen. Und mit ein bisschen Glück trefft ihr dann vielleicht auch genau die Spieler des Vereins, den ihr sammelt. So wie es mir hier mit den Mainzern geglückt ist. Oder zieht eine der ganz besonders seltenen Cards, wie eine Autograph oder Relic Card aus diesen Boxen. Und habt dann ein ganz besonderes Erinnerungsstück an die Bundesliga in eurer Sammlung. Ja, das ist also die erstmals erschienene Blaster bzw. Value-Box zu den Bundesliga-Chrome-Cards-Saison 2023-2024 von TOPS. Alles weitere zur Kollektion findet ihr, wie gesagt, im unten verlinkten Artikel auf der Collectors-Webseite, wenn ihr euch da noch ein bisschen umfassender informieren wollt. Und zum Schluss bin ich natürlich gespannt auf eure Meinung zu diesen Blaster-Boxen und zu dem, was wir da jetzt zusammengezogen haben. Würde mich freuen, wenn ihr auch nochmal auf den Like-Button klickt und damit ein bisschen Support für diesen Kanal da lasst. Und wenn ihr weitere Videos zu stickern und Cards auf diesem Kanal nicht verpassen wollt, dann sichert euch jetzt noch eins der kostenlosen Kanal-Abos. Dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.